hey meine freunde was geht und willkommen zurück zur nächsten runde dead by daylight heute mal wieder auf der flucht mit unserem jake wir waren beim friseur haben uns ein bisschen die haare schneiden lassen dann sind wir hoffentlich noch wendiger noch schneller aber erst mal den generator suchen ein sunny koffer habe ich auch mitgenommen ich bin heute freundlich alles klar wir wissen schon mal das schwein ist unterwegs er wird verfolgt lauf junge lauf um dein leben wir gucken uns das spektakel von ihnen an da bringen sie nicht hierhin wir heilen ihn direkt muss erst mal gucken dass das schwein abhaut er hat schon am generator angefangen schon mal nice machen wir direkt weiter er bringt das schwein immer zu mir soll er mal schön lassen weil er ist wieder entkommen oder was nein zumindest so oder auch nicht ich muss weg hier wahrscheinlich hängt er jetzt an diesen haken hier können wir direkt befreien oder an den da hinten auch ok auf jeden fall schön in der nähe haben wir direkt eingreifen ja junge hau einfach ab chill eine runde ich bin unterwegs oh oh ziemlich gesehen glaub nicht jetzt lauf junge mit deiner mütze bitte nicht mich oh nein 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 wo ist eine palette sie hat mich gleich oder auch nicht ich halte mich mal eine runde selber oder auch nicht hallo noch jemand der mir helfen kann ich sehe zumindest keinen versuche ich jetzt wenigstens generator jahren zu schmeißen hauptsache die alte sau taucht hier nicht auf komm junge streng dich an oder hinten läuft einer und das schweine auch vielleicht kann er mir erst mal helfen hey jo was geht ja jetzt der mag oh junge was mit dir passiert sehr schön so der läuft schon mal ein bisschen und zu zweit sollte das jetzt hier eigentlich relativ fix gehen jawohl auf geht's war da noch jemand die alte können wir erst mal heilen wir machen alles zusammen richtiges team hier er läuft schon mal los befreit die alte sehr nice nicht hier hin nicht hier hin hier noch ein bisschen ablenken konnte ich sie aber nö vielleicht auch noch nicht die nächste palette tschüss einfach immer weiterlaufen ja such mich ich bin wohl ganz anders wie die andere stolzierte hier vorne irgendwo rum sie doch eben gesehen ja der erste ist da und gar nicht cool da ist sie erstmal gegenseitig heilen und dann machen wir zusammen den generator fertig das wäre optimal da vorne ist gleich das ausgangstor komm 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 nice easy nee er hat mich gesehen mach du das tor auf ich hau ab na schade was tut sie schade ich habe keine maske bekommen jetzt die beste zeit mich hier runter zu holen lauf oder auch nicht nein lass doch noch ein bisschen die springt gleich eh runter sehr schön kommt zurück vielleicht hält sie mir noch nein doch nicht bleib weg sehr geil muss weg hier ja einer ist schon wieder down ich hau jetzt ab tschüss was soll's ich denke der andere wird auch noch entkommen ich hoffe es zumindest wir sind es so muss es sein ich hoffe natürlich dass euch die runde wieder gefallen hat und würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal